Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt hier unten den Zug nicht mehr, der hier... Achso, der ist schon auf im Depot gesetzt, ne? Genau, im Depot ist er, das ist in Ordnung. Das heißt, hier gehen wir dann auf den Dieselmotor, da gibt es ja nochmal neue LKWs, kann man ja schon mal anhaken. Auch wenn es jetzt eh noch nichts bringt, hier haben wir nichts drin, hier stellen wir den auf die Stahlbachen. So, gucken wir mal was mit dem Sand, Sand für Königsbrück. So, der Sand kam von hier unten, ne? Ne, Quatsch. Von hier, ein Zug würde einen riesen Umweg fahren. Überlege gerade, ob ich einfach auf der Seite nochmal einen Bahnhof hinstelle und die Züge einfach hochfahren, aber ich überlege gerade, ob ich die einfach mit dem LKW dorthin fahren lasse. Hier ist dann halt mal ein bisschen längere, äh, Fahrstrecke. Da kommen wir bundeschnell LKW hin. Ein bisschen Platz lassen, falls das dort nochmal zu einer Erweiterung kommt. Jetzt mal speichern. Hier kommt dann noch ein Tunnel durch. Na gut, das ist ja so eine offene Bauweise, würde ich mal sagen. Und dann tüdeln wir das einfach hier dran. Und dann können wir den Sand dort mit einem LKW hinfahren. Bahnhof noch hin, für die Fracht. Wollen wir gleich mal so hinten rum. Ach, wäre mal falsch. Benutzen wir gleich mal den Straßenzug hier. Können das dann hier hinstellen, ist es direkt nebendran. Und dann könnt ihr einfach langfahren. Und den Sand transportieren. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine längere Strecke, aber ist ja auch mal in Ordnung. Ich glaube, der ist das jetzt, ne? Genau. Kann 15 Einheiten Sand transportieren. Vollständig beladen. Entladen. Und weil es so viele sind, weil es eine lange Strecke ist. Nehmen wir gleich mal 8 Stück und abfahrt. So, jetzt geht es wieder zurück zu unserer Baustelle hier oben. Für das Eisen. Ey Quatsch, Stahl meine ich natürlich. Eigentlich hätte man die Brücke gleich weiter fortsetzen können hier, durch die Straße. Wir sollten den Tunnel hinpassen. Ne. Ich probiere mal was. Ob das geht. Da brauche ich aber, damit die Versorgung gesichert ist, hier mal eine Umfahrungsstraße schnell hin. Ich muss ja, glaube ich, bloß den Abschnitt hier so machen. Machen wir es mal so hier. Das lassen wir stehen, damit ich weiß, wo es lang ging. Ach, Traversenbrücke gibt es bei der Straße gar nicht. So, da kommt der nicht runter. Müssen wir es wahrscheinlich andersrum machen. Das ist so hier. Ich falle mal bitte weg. Danke. Und dann machen wir jetzt einfach hier eine Planierung unten. Unten durch. Na, passt das da mit den Stützen? Müsste eigentlich. Ah doch, das passt so. Hier unten durch. Und dann müssen wir das dann irgendwie hier unten anbinden. Beziehungsweise hier. Ja, ich habe doch gerade gerade gar nichts gebaut. Wann kommt denn da dieser Bausound immer noch? Ach, hier ist ein blöder Huckel. Ach, wenn wir jetzt genug Geld, dann kann man das, glaube ich, auch mal ein bisschen planieren. Dann mache ich mal ein Tuddel. Hier unten durch. So, das ist jetzt das obere Gleis. Ah, so ein bisschen hier das Kohleding umfahren. Das kann aber trotzdem auch ein bisschen. Wir bauen erst mal die Wegführung. Die Feinarbeit würde ich sagen. Die machen wir dann. So. Da kommt jetzt einer weg. Da wird jetzt der Tunnel kommen. Vorausgesetzt. Ich kriege den hin, dass der auch so passt. Hier hätte ich das aber gerne als Brücke drüber, muss ich mal sagen. Muss doch eigentlich passen, ne? Das passt nicht, weil? Eins zu tief, oder was? Ach jetzt. Ja, doch wenn, dann bitte mit diesem komischen Fachwerk-Ding oben drüber. Ne, Tunnel bitte. Tunnel? Tunnel. Ich glaube, ich muss glaube ich noch ein Stück vor. Und jetzt kann der Tunnel kommen. Gleiche Höhe, ja. So, gut. Das wäre jetzt die Strecke. Und die Nuckel hier, die können wir eigentlich auch weglassen. Aber zumindest nur teilweise, äh, kleiner machen. Kann ich auch diagonal, ach, nee. Das geht nicht. Ach so, das ist immer so eine Kante, die nicht funktioniert, weil dann der Zug da drum fähnt, dass das nicht geht. Das heißt, wir müssen hier einmal neu. Das passt. Dann planieren wir das hier nochmal schnell. Auch ein bisschen nervig, dass das Feld immer nur, äh, eine bestimmte Größe haben kann und man nicht hier einfach einen größeren Bereich auf einmal, äh, planieren kann. Und dann, äh, planieren wir das hier, äh, planieren kann. Und dann, äh, planieren wir das hier, äh, planieren kann. Und dann, zack, das kann hier bleiben, der Abschnitt. Dann, ah gut, hätte man eigentlich auch direkt, äh, planieren kann. Weiß ich nicht, geht das noch? Kann ich das hier noch gescheit planieren? Kann ich hier noch an den Tunnel ran? Ja, ach, das war glaube ich, ne, doch, das passt, ne? So hier und dann... Ach so, das ist noch eine Stufe nach unten, ne? Genau, das müsste ja so funktionieren. Genau, und das bleibt. Und dann ist das in Ordnung. So, was war jetzt hier oben? Eisenbahn, okay. Jetzt kommt natürlich dieser ätzende Teil in der Prä-Alpha, die ganzen Signale händisch aufstellen. Ähm... Äh... Äh... Bis zum nächsten Mal.